Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tip am Montag hier im Recording-Blog. Und als ich vor ein paar Monaten mal bei meinem Kumpel Vincent Sorg gewesen bin, dem Kollegen, der unter anderem für den aktuellen Erfolg der Toten Hosen zuständig ist, da habe ich ihn gefragt, ob er mir mal so eins von diesen magischen Plug-Ins nennen kann, mit denen er zusammenarbeitet, was heißt zusammenarbeitet, die er benutzt in seinem Mix-Prozess, die aber irgendwas machen, was man eben nicht mit normalem Equalizer und Kompressor und so weiter rausholen kann, sondern die was Magisches haben. Und wie aus der Pistole geschossen, hat mir Vincent sofort gesagt, der Gullfoss, das ist ein Ding, der macht was, was ich nicht nachvollziehen kann, aber es ist auf jeden Fall gut. Ich habe es mir erst mal aufgeschrieben, Gullfoss, musst du erst mal fragen, wie man das schreibt, bin dann nach Hause, habe mir den Gullfoss runtergeladen als Testlizenz und du siehst ihn hier schon offen und habe ihn dann einfach mal eingesetzt und was soll ich sagen, nach, ich glaube, fünf, maximal zehn Minuten habe ich mir das Ding gegönnt, wirklich, gönn dir und habe mir das Ding einfach direkt auf die Festplatte gezogen, nutze es seitdem regelmäßig auf Einzelinstrumenten oder aber auch auf dem Mixbus, es funktioniert auf beiden. Und als ich vor ein paar Wochen dann eine E-Mail von Martina von Sound Theory bekommen habe, Sound Theory ist die Firma aus Island, die das ganze Ding herstellen und Martina macht die PR für die, hat sie mich gefragt, ob ich mal so eine Testlizenz haben möchte vom Gullfoss, um mal für meine Zuschauer, also für dich da draußen, das Ding zu testen und mal vorzuführen, habe ich ihr gesagt, das ist furchtbar nett von dir, aber ich habe ja schon eine Lizenz, ich bin Überzeugungstäter, das heißt, mich musst du nicht überzeugen, aber ich bin natürlich gerne bereit, hier mal ein Video dazu zu machen, deswegen steht hier oben auf Werbung, ich möchte heute einfach mal wirklich Werbung für dieses Plugin machen, mache ich ja nicht oft, dass ich wirklich explizit Werbung mache, aber in diesem Fall mache ich das einfach mal, weil ich finde, das ist ein Plugin, das hat irgendwas unter der Motorhaube, was auf jeden Fall tolle Dinge macht. Was ist denn der Gullfoss jetzt eigentlich? Wir schauen uns das Ganze gleich am besten einfach mal in der Praxis an und zwar einmal an einem Drumloop, also an einem Einzelinstrument, wenn man das Schlagzeug mal als Einzelinstrument nimmt und gucken mal, was man damit einstellen kann und danach zeige ich dir aber auch noch an einem Extrembeispiel, an einem Mix, der leider ein bisschen missglückt ist, was man mit dem Gullfoss danach rausholen kann oder im Zweifel zumindest lernen kann. Man kann also zum einen den Sound zum Beispiel damit verbiegen, kann aber auch dem Gullfoss bei der Arbeit zuschauen, um dann einfach zu lernen, was man bei seinem Mix noch verbessern muss. Denn der Gullfoss ist ein dynamischer Equalizer, das muss man erst mal sagen. Aber der ist eben kein klassischer dynamischer Equalizer, mit dem man jetzt irgendwie so eine EQ-Kurve einzeichnet. Was weiß ich, mit dem ProQ3 von FabFilter zum Beispiel kann man ja auch dynamisch equalisen. Aber der Gullfoss macht etwas ganz Besonderes. Der misst bis zu 100 Mal in der Sekunde das Signal, was reinkommt und vergleicht das mit etwas, was er gelernt hat. Und so gleicht dann dieser Gullfoss halt bis zu 100 Mal in der Sekunde das, was reinkommt, mit dem ab, was er gelernt hat, was er für gut befindet quasi. Und bietet dir dann an, daraus das Beste aus beiden Welten zu machen, indem du einfach verschiedene Regler benutzen kannst. Und das Tolle ist, dass dieses Interface hier im Prinzip aus sieben Reglern besteht, die man benutzen kann. Sieben Regler und ein Bypass, damit man auch hören kann, was der Gullfoss tatsächlich macht. Und ich glaube, wir tanzen mal schnell einmal kurz hier durch, durch die sieben Regler. Die sind nämlich schnell erklärt. Und das machen wir am besten hier, denn es ist ein relativ übersichtliches Display, was man hier einfach sieht. Sehr aufgeräumt und so weiter. Sehr, nennen wir es mal, isländisch Understatement. Wir haben ja als erstes den Regler Recover. Recover ist Englisch und heißt Wiederherstellen. Will sagen, mit diesem Regler stellt man ein, wie viele von den Frequenzen, die der Gullfoss analysiert, die ihm fehlen in dem Mix, der reinkommt. Wie gesagt, das Signal, was reinkommt, wird ja abgeglichen mit dem, was er für gut befindet. Also was zwischen den beiden fehlt im Vergleich zu dem, was er gelernt hat, das kann man dann wiederherstellen hier mit Recover. Da kann man hier diesen Regler einstellen, kann man dann hier bis zu 200 Prozent hochstellen. Und dann kann man hier sagen, okay, stell doch mal die Frequenzen, die du für richtig befindest, wieder her. Aber eben nicht fest statisch, sondern dynamisch. Also bis zu 100 Mal in der Sekunde gleicht er das aus, was er hört, mit dem, was er gelernt hat. Tame daneben ist der Regler, der im Prinzip auch vom Namen her das beschreibt, was er macht. Tame ist Englisch und heißt Zähmen. Das heißt, Zähmen heißt ja im Prinzip einschränken oder im Zaume halten, würde man auch sagen. Und genau das macht dieser Regler. Also hier mit Tame, das kannst du auch bis 200 Prozent hochregeln, kannst du ihm sagen, pass auf, die Frequenzen, die dir im Vergleich zu dem, was du gut findest, zu laut sind, die Regel bitte runter. Das heißt, mit Tame kann man dafür sorgen, dass überbetonte Frequenzen, im Vergleich zu dem, was er hier gelernt hat und was er an Geschmack mitbringt, alles, was da überbetont ist, das kann man hier in Grenzen halten und kann dadurch seinen Mix in diesem Frequenzbereich ein bisschen aufräumen. Will sagen, an dieser Stelle kann man seinen Mix durchaus transparenter gestalten und dafür sorgen, dass er eben an den Stellen, wo er ein bisschen zu viel hat, einfach ein bisschen aufgeräumter wirkt. Recover und Tame sind auch die beiden wichtigsten Regler, die im Prinzip auch miteinander spielen. Das heißt, man kann gleichzeitig Recover, also wiederherstellen und Tame wieder einfangen, indem man dann quasi seinen Mix ausbalanciert dadurch. Und das geht wirklich intuitiv, schauen wir uns gleich, wie gesagt, am Beispiel an. Bias daneben oder Bias stellt das Verhältnis zwischen Recover und Tame ein. Das heißt, wenn sich Gulfos nicht entscheiden kann an einer Frequenz, soll ich lieber ein bisschen recoveren, also ein bisschen wiederherstellen oder soll ich wieder lieber ein bisschen absenken, also Tame nutzen, dann kann man ihm sagen, pass auf, im Zweifel machst du entweder die Anhebung, das heißt, wenn ich Bias hier in den positiven Bereich reindrehe, dann entscheidet er sich eher für die Anhebung, also für Recover. Drehe ich ihn aber eher in den Minusbereich, dann entscheidet er sich eher für im Zaum halten. So kann man da ein bisschen rumspielen, wenn sich der Gulfos zwischen Recover und Tame nicht so ganz einig sein könnte. Das kann man hier auf jeden Fall machen. Damit brighten. Kann man dafür sorgen, dass wenn Recover und Tame eingestellt sind, dass man das Signal, was man dann bekommt, nochmal in den Höhen etwas stärker betonen kann. Das ist, wenn du Brighten anhebst oder eben absenken kannst. Das Tolle oder das Interessante, sagen wir mal, an Brighten ist aber, er tut es nur, wenn du auch den entsprechenden Recover oder Tame Schalter angemacht hast. Will sagen, wenn bei Recover eine Anhebung erlaubt ist, dann kannst du mit Brighten die Höhen auch anheben. Steht Recover auf Null, kannst du keine Höhen anheben. Und umgekehrt bei Tame natürlich auch. Wenn du Tame nicht etwas höher gedreht hast als Null, dann kannst du keine Höhen absenken. Brighten funktioniert also immer nur in Kombination mit Recover und Tame und macht dann entweder eine Anhebung oder eine Absenkung. Boost ist ein sehr interessanter Schalter. Boost ist im Prinzip wie so ein Lautness-Schalter an so einer Hi-Fi-Anlage. Wenn du reindrehst, dann werden Bässe und Höhen angehoben. Dann kriegt man so ein bisschen diese Smiley-Face-EQ-Kurve, die man so früher hatte. Diese Badewanne, wie man es früher auch genannt hat. Genau konnte man an so einem grafischen Equalizer einstellen, Bässe anheben, Höhen anheben und dann konnte man sich so eine richtig schöne Badewannen-EQ-Kurve bauen. Das macht im Prinzip Boost auch. Boost kann also Bässe und Höhen anheben. Wenn ich hier in den positiven Bereich reindrehe, dann werden Bässe und Höhen angehoben. Umgekehrt, wenn ich hier in den negativen Bereich gehe, werden Bässe und Höhen abgesenkt. Mit anderen Worten, die Mitten treten etwas mehr hervor. Und so kannst du das Verhältnis zwischen Bässe und Höhen und Mitten nochmal feinjustieren. Du kannst dafür sorgen, dass dein Mix nochmal ein bisschen in die eine oder andere Richtung verschoben wird. Das sind fünf Regler. Ich habe von sieben Reglern gesprochen gerade. Hier sind noch zwei versteckt und zwar auf der linken Seite hier im Frequenzbild. Da ist ein roter Strich, mit dem ich nochmal sagen kann, pass mal auf, alles unterhalb von dieser Linie möchtest du bitte nicht bearbeiten, lieber Gullfoss. Also in diesem Fall alles unter 107 Hertz. Packst du bitte nicht an. Das gleiche kann man auf der rechten Seite auch machen. Im Hullenbereich alles, was weiß ich hier, unter oberhalb von 5000 Hertz. Packst du nicht an. Und so kann man den Frequenzbereich, in dem der Gullfoss aktiv werden soll, kann man nochmal einschränken. So kann man zum Beispiel aus dem Gullfoss auch einen Deesser machen. Und zwar den schnellsten Deesser der Welt, würde ich sagen. Weil mit 100 Mal pro Sekunde analysieren und abgleichen ist der Gullfoss definitiv schnell. So kannst du dann also, wenn du einen Deesser brauchst, stellst du einfach hier ein. Was weiß ich, nur im Bereich von, sagen wir mal, 5,5 Kilohertz so ungefähr bis hoch auf 12. So in dem Bereich finden die Esses statt. Dann machst du Tame, indem er das im Zaume hält, stellst dich auf 100 Prozent und kannst dann mit Brighton hier entsprechend absenken und kannst dafür sorgen, dass du hier einen Deesser hast, der rucki-zucki funktioniert und der schnell und intuitiv eingestellt ist. Mit anderen Worten, das Plugin kann man auf jeden Fall auch auf vielfältige Art und Weise auf Einzelsignalen benutzen. Machen wir jetzt auch mal, bevor wir gleich zum Extrembeispiel kommen. Und falls du Lust hast, ich streue das jetzt mal schon mal zwischendurch ein, falls du Lust hast, den Gullfoss selber auszuprobieren oder aber zu besitzen. Ausprobieren kannst du dir eine Testlizenz runterladen. Zu besitzen gibt es eine Möglichkeit, dass du den gewinnen kannst. Bei mir startet nämlich demnächst am 1. Dezember 2019, ich hoffe, dass du dieses Video davor siehst, startet der große Adventskalender. Bei mir gibt es dann vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag ein Video. Und im Rahmen dieser 24 Videos verlose ich ein paar Dinge, unter anderem zwei Lizenzen vom Gullfoss. An dieser Stelle dann auch mal vielen Dank an Sound Theory für die großzügige Spende. Denn dann kann ich euch einfach zwei Lizenzen zur Verlosung anbieten. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen in den Adventskalender, um dann am Gewinnspiel teilzunehmen. Da gibt es zwei Lizenzen vom Gullfoss zu gewinnen. Falls du noch weitere Informationen darüber haben willst, kannst du dich bei mir im Newsletter anmelden. Unter recordingblog.com gibt es ein Newsletter, da gibt es alle Informationen nochmal dazu. Und falls du den Gullfoss nochmal so richtig in Aktion sehen willst, kannst du das auch. Nämlich am kommenden Donnerstag gibt es einen Live-Mix. Falls du den verpasst haben solltest, weil das hier nach dem Donnerstag ausgestrahlt wird, kann ich dir hier oben auf jeden Fall einen Link einblenden, wo du den dann nochmal nachgucken kannst. Und da siehst du den Gullfoss dann komplett im Einsatz. Da wird nämlich ein kompletter Song aufgenommen hier im Studio von mir, live vor der Kamera. Und ich werde nicht mischen, ich werde nur jedes Signal einmal kurz mit dem Gullfoss bearbeiten. Das heißt, jedes Einzelsignal und die Summe wird mit dem Gullfoss gemischt. Ich mische komplett ohne Equalizer-Kompressor, ohne alles, sondern nur mit dem Gullfoss. Das wird auch nochmal ein spannendes Einsatzgebiet. Und da sehen wir uns dann nochmal das ganze Ding im Detail an. Jetzt kommen wir aber nach dieser ganzen Vorrede erstmal zu dem Punkt, wo jetzt wirklich gehört wird, was macht denn der Gullfoss eigentlich? Also jetzt habe ich es auch wirklich oft genug gesagt, Gullfoss. Also wir gucken uns das Ganze mal am Beispiel von einem Loop an, den ich hier habe. Und dieser Loop ist ein Drum-Loop. Wir machen den Gullfoss nochmal auf. Und ich lasse das Ding mal laufen. Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, die Aufnahme wäre angehalten. Ne, ist sie aber nicht. Also gucken wir nochmal rein. So, dann haben wir den Beat. Und wir drehen jetzt einfach mal ein bisschen rein. Also Recover, ich drehe mal volle Pulle rein. Und man hört schon, was das Ding macht. Ich stelle mal auf Bypass, dann hört man es am besten. Also es klingt gleich deutlich aufgeräumter. In einigen Bereichen wird einfach ein bisschen mehr betont. Das heißt, vor allem hier im Höhenbereich und im Bassbereich wird ein bisschen aufgeräumt. Und wir machen das gleiche mal mit dem Tame. Tame reduziert ja. Und dann wird im Tiefmittenbereich hier, hier wird abgehoben, abgesenkt, weil das ist ein bisschen zu viel. Dafür im Mittenbereich hier ein kleines bisschen mehr angehoben. Und insgesamt klingt das ganze Ding schon deutlich aufgeräumter. Lass uns mal ein bisschen weiter spielen. Wir machen mal beide aus. Wenn du dich fragst, wie ich das hier immer hinkriege, dass diese Werte so schnell hier ausgestellt werden. Wenn du mit der Alt-Taste hier drauf klickst auf den Wert, dann wird der auf 0 gestellt. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann wird der wieder zurückgestellt. So kannst du zwischen den beiden Werten mal eben hin und her springen, ohne dass du den Bypass-Regler benutzt. Ein tolles Feature, auf jeden Fall eine Kleinigkeit am Rande. Aber das zeigt auf jeden Fall, mit wie viel Liebe das Plugin programmiert wurde. Also, spielen wir mal ein bisschen rum. Machen wir mal erstmal hier Recover. Wir stellen mal 50 ein. Ungefähr 50 so. Und hier bei Tame auch. Und du hörst schon. Einmal Bypass. Klingt ein bisschen mumpfig, ein bisschen dumpf. In den Tiefmitten eher so betont. Und mit. Insgesamt klarer. Wir gucken mal, was die Brighton noch macht. Das Brighton. Es wird heller, aber ohne unangenehm zu werden. Es wird nicht scharf. Mal aus. Sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr wertig. Absenken. Hält die Höhen schön im Zaum, ohne dass es dumpf wird. Ich mach nochmal Bypass. Sehr angenehm. Schauen wir uns doch eben den Boost an. Und achte mal darauf, achte mal darauf, was hier im oberen Bereich, im Frequenzbereich hier oben rum und im Bereich hier unten rum stattfindet. Da kannst du es nämlich direkt auch am Equalizer-Band sehen, was passiert. Jetzt übertrieben natürlich, aber damit man auch weiß, was wirklich passiert. Die Bässe werden angehoben. Hauptsächlich die Bässe werden angehoben. Die Höhen ist gar nicht so viel. Drehen wir es mal um. Es bezieht sich hauptsächlich auf den Bassbereich. Okay, machen wir das mal wieder aus. Also insgesamt eine tolle Einflussnahme auf jeden Fall aufs Signal, ohne dass man irgendwelche Frequenzbänder erst suchen muss, hoch, rauf, runterschieben muss, mit einem dynamischen Equalizer absuchen muss, sondern sehr intuitiv. Man hört nur auf seine Ohren und man ist auch nicht abgelenkt irgendwie so. Also man mischt nicht nur mit den Augen, finde ich. Das ist das sehr Angenehme, sondern man ist sehr konzentriert auf das Hören, was ja wirklich wichtig ist im Studio, dass man auch mit den Ohren mischt und wirklich ein sehr angenehmes Ergebnis. Kleiner Tipp meinerseits. Im Idealfall nutzt du das nicht auf Solo-Instrumenten, die du gerade solo abhörst, sondern versuche es im Mix zu machen, weil natürlich kannst du dafür sorgen, dass jedes Signal irgendwie solo dann wunderbar klingt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Mix dann wirklich perfekt zusammenfindet. Deswegen würde ich sagen, den Gullfoss immer im Zusammenhang einsetzen, eben vielleicht grob reindrehen, den Sound, den du solo super findest und dann aber direkt abgleichen, ob das im Mix auch wirklich funktioniert, wenn du den Sound mit dem Gullfoss so verbiegst. Aber wie gesagt, das schauen wir uns demnächst im Live-Mix nochmal genauer an, ob das auch wirklich funktioniert. Theorie ist ja eine Sache, Praxis ist die andere. Ich habe dir noch versprochen, dass wir ein Extrembeispiel rannehmen und uns das Ganze nochmal auf dem Masterbus angucken, beziehungsweise auf einer Mastersumme von einem Signal. Ich habe einen Track zugeschickt bekommen von einem Zuschauer. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, du weißt genau, wer gemeint ist. Nämlich ein Cover von Black Sabbaths Dirty Woman. Und der Gute hat wirklich schon lange dran gearbeitet. Aber man hört leider, dass er, also leider für die Musik, man hört, dass er leider ohne Referenz-Track gearbeitet zu scheinen haben hat. Er scheint ohne Referenz gearbeitet zu haben. So ist es richtig, glaube ich. Richtiges Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache. Auf jeden Fall klingt es doch, sagen wir mal, gelinde gesagt, sehr verbogen. Ich möchte den Guten wirklich nicht vorführen an dieser Stelle. Deswegen bitte lasst uns nicht an dieser Stelle über Geschmack oder über den Mix reden, sondern einfach nur darüber, dass der Gute sich hier ein kleines bisschen verrannt hat, weil er nicht gegen die Referenz gemischt hat. Und wir reden hier über einen Song, der 1976 geschrieben und performt wurde. Will sagen, also das ist schon normalerweise ein sehr mittiger Sound. Geschickt hat er mir das hier mit einem Hilferuf. Hilfe, ich komme nicht weiter. Kannst du mir helfen, was ich falsch mache? Man hört schon, dass da unfassbar wenig Mitten sind, aber dafür gerade der Tiefbassbereich irgendwie so zwischen 100 und 200 Hertz sehr überbetont ist. Auch die Höhen klingen nicht so angenehm. Und ich habe als erstes in dem Moment gar nicht an den Gullfoss gedacht, sondern habe erst mal mit einem Match-EQ gearbeitet und habe einfach mal eine EQ-Kurve mit dem Match-EQ herausgefunden im Vergleich zum Original, die dafür sorgen soll, dass das Ding hier klingt wie das Original. Falls du nicht weißt, wovon ich gerade rede, für den Match-EQ habe ich mal ein Video gemacht. Das kann ich dir hier oben einblenden, damit du damit siehst, wie man damit ein Signal von sich selber abgleichen kann mit einem Original, mit einem Referenztitel zum Beispiel. Und der Match-EQ hat dann folgende EQ-Kurve zutage gefördert, nämlich dieses hier. Also hier kannst du alles sehen, was zu viel oder zu wenig gewesen ist in dem Mix von dem Guten. Und das war eine ganze Menge. Also die Überbetonungen hier von dem Equalizer, den der Match-EQ gemacht hat, sind teilweise 10, 12 dB Anhebung und Absenkung und so weiter. Und mit Match-EQ klingt das Ganze so. Ich mache den mal an. Und jetzt klingt es wie ein Song aus den 70ern. Nicht, dass das heutigen Soundansprüchen genügen würde. Heute würde man noch anders mischen. Aber in den 70ern hat man diesen Sound gemischt. Das heißt also, der Match-EQ hat das getroffen. Schauen wir doch mal, ob der Gullfoss das auch auf der Summe hinkriegt. Also gehen wir mal auf den Kanal, den ich hier vorbereitet habe. Der Gullfoss ist auf Null gestellt. Und wir drehen jetzt einfach mal mit Recover und Tame alles rein, was geht, um zu hören, was Gullfoss entscheiden würde, wie dieser Track gut klingen würde. So, mit diesen Einstellungen wäre ich jetzt erstmal zufrieden. Machen wir mal Bypass. Machen wir mal von vorne. Und jetzt Bypass. Und man kann schon sehen, dass der Gullfoss ungefähr das gewählt hat, was auch der Match-EQ gemacht hat. Ich halte den mal da drunter, dann kann man es vielleicht ganz schön sehen. Und man sieht, dass die EQ-Kurven sich tatsächlich gleichen hier. Das heißt, Gullfoss hat herausgefunden, im Vergleich zu dem, was er gut findet, was man ergänzen oder absenken müsste. Und die EQ-Kurve war tatsächlich die gleiche. Weil das Bild jetzt verschwunden ist, blende ich es nochmal ein, damit man die beiden EQ-Kurven miteinander vergleichen kann. Das heißt, Match-EQ hat das Gleiche herausgefunden wie Gullfoss. Und das finde ich wirklich sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen. Also, Gullfoss funktioniert auch wunderbar auf dem Masterbus. Und das soll natürlich nicht dafür sorgen, dass du deinen komplett verbogenen Mix damit gerade ziehst, sondern es soll einfach dafür sorgen, wenn du deinen Mix schon fertig hast, dass du die letzten 5 oder 10 Prozent nochmal an mehr Qualität rausholen kannst, im Vergleich zu dem, was Gullfoss an Geschmack aus seinen Analysen mitbringt. Ich will sagen, die letzten 5 bis 10 Prozent, die du vielleicht gar nicht mehr hörst oder wo du Ewigkeiten ran rumschrauben müsstest an deinem Mix, die kann dir Gullfoss als kleine Magie, als kleinen Glue nochmal oben drauf geben und dafür sorgen, dass dein Mix nochmal ein kleines bisschen polierter klingt und ein bisschen professioneller durchaus auch, aber auch durchaus konkurrenzfähiger im Vergleich zu dem, was da draußen unterwegs ist. Und ich sage ja immer, ich möchte euch dabei helfen, dafür zu sorgen, dass die Musik genauso gut klingt wie im Radio. Mit dem Gullfoss kann man ein bisschen Magie hinzufügen, die man normalerweise nur mit viel Arbeit, viel Einsatz hinkriegen würde. Der Gullfoss funktioniert da sehr intuitiv. Und deswegen nochmal, ich mache an dieser Stelle tatsächlich mal Werbung für ein Plugin. Es lohnt sich reinzuschauen und wenn du Lust hast, dieses Plugin zu gewinnen, dann schau auf jeden Fall in den Adventskalender rein. 2019er Adventskalender gibt es zwei Lizenzen zu gewinnen. Wenn du es im Einsatz sehen willst, schalte auf jeden Fall beim Live-Mix ein und wenn du den nicht verpassen willst, dann lass auf jeden Fall ein Abo hier, falls du noch keins hast. Dann kannst du daneben die Glocke klicken und dann kriegst du den Hinweis, wann dieser Live-Mix dann auch startet. Wenn du gar nichts mehr verpassen willst, melde dich im Newsletter an unter recordingblog.com. Da gibt es jede Woche auch Hinweise, was demnächst so alles ansteht. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, du musst gut und jassu!